Hier geht's ja sogar noch weiter. Da unten war ich noch gar nicht. Da haben wir ein Chocobo, aber hier ist nirgendwo mehr ein Portal. Ich weiß gar nicht, ich weiß ganz genau, dass ich noch eins gesehen hab. Wo ist das Artefakt? Hm, sehr merkwürdig. Das können wir unmöglich gewinnen. Ich kann schwören, dass ich hier noch ein Portal gesehen hab. Und zwar hier hinter. Sag ich doch. Ah, geht da wieder hoch. Da hinten geht's auch noch weiter, oder? Das ist ein bisschen komisch. Nichts ist passiert. Ich glaube, wir haben noch nicht das richtige Artefakt. Hier einiges. Was ist mit dem Portal? Da kamen wir ja letztens her, kann ich mich erinnern. Schauen wir mal nach. Nein. Wenn wir da hinten dann wieder ihre Hingehen. Dann gehen wir wieder auf die Ebene und suchen da ein anderes Portal. Ich denke, wir haben da alle Paradoxen gelöst. Aber vielleicht haben die Jäger ja noch ein paar Aufträge. Schauen wir mal nach. Jep, 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 jep. Munster! Munster, Munster, Munster. Immer drauf. Wow. Schon im Zuck, Zuck, ich kann wieder nicht sprechen. Zuckzustand natürlich, ja. Alle im Zuckzustand. Sind wir das nicht alle? Ich finde das super. Und dann wieder zurück. Ja, ja. Der gute alte Zuckzustand. Mal. Leidle, leidle, leidle. Hier wieder. Und da sind wir auch schon. Ich habe da hinten noch ein Portal gesehen. Da werden wir mal hingehen. Wenn wir da hinkommen. Nein, böse Monster. Euch mag ich gar nicht. Voll unsicher. Naja. Die sind eindeutig zu schnell. Und die sind super stark. Mal angehauen. Wir müssen die den Zockzustand kriegen. Schockzustand natürlich. Sonst machen die Aua. Sehr schön. Ah, hier ist ja Noll verheiratet. Das muss ich nur ändern. Ohne zu sterben. Unglaublich. Okay. Kurz ändern. Äh, grüne Front. Und Brecher. Na. Verheerer. Da hinten ist noch ein Portal. Das ist glaube ich auch eine Brücke. Das sieht irgendwie total kaputt aus, das Portal. Wow, die Goblins sehen irgendwie anders aus. Viel bunter. Bougaboo. Okay. Ihr sollt anstaben. Oh, ich fettig. Oh. Eins nach dem anderen. Ich liebe das für die Schlag. Supergeil. Oh, ich habe so ein Vieh bekommen. Schau mal, was das ist. Ein Verheerer. Ich glaube es nicht. 182 zu 111. Erstmal aufleveln. Dann wechseln. Haha. Wurde auch Zeit. Oh mein Gott, das Vieh ist stark. Ohne Scheiß, das Vieh ist richtig stark. Zieht euch das mal rein, ey. Schon mal 279. Wird direkt gewechselt. Wow. Ich bin platt. Das ist genial. Meine Kaktor-Statue. Schauen wir mal. Was es mit dem Portal, sie hier auf sich hat. Oh. Toll. Na gut. Haben wir das wenigstens in Erfahrung gebraucht. Oh, Chocobo. Oh, Spinnerlau. Wir müssen noch irgendwas lösen. Und das Spiel hat nicht wirklich deutlich gemacht, was. Ich habe auch gerade keine aktive Quest. Wir helfen uns zurück zum Lager. Wir helfen uns zurück zum Lager. Okay. Treppe hoch. Oh, ich hasse das, wenn das Spiel einem nicht klar macht, was wir genau machen müssen. Das wird auf jeden Fall noch ein Paradox lösen. Oh, das stimmt. Ja, wir haben ja auch hier alles gemacht. Wir sollten aber das Portal öffnen. Nur wie ist die Frage. Wir müssen auch so ein Kreuz. Was soll das bedeuten? Wir sollten mal da hinten hingehen, falls wir da hinkommen. Ich werde erstmal die Kämpfe so weit ignorieren. Weil ich jetzt wieder Stoppich vorankommen will ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich da hinten hinkomme. Scheint nicht so zu sein. Ne. Zwei abgeschnitten. Oh, gegen die Viecher haben wir noch nicht gekämpft. Mach mal das doch mal. Kleinküsschen. Mal putzig. Sollten wir aber auch nicht die Serie erhöhen. Oh, ich heil die ja. Wow. Let's nicht mal schnell gehen. Oh, 5.000. Merk schon. Vollgas wirklich. Wee, gegen die Viecher. Selber habe ich es leider nicht, ne. Wo ist Sarajas. Oh, nur 4 Sterne. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ah, blöde Monster. Ja, die Viecher. Blipster. Wow. Schon wieder fast in, äh, äh, Schockzustand. Meine Güte. Boah, das macht so übelts wie Schaden. Er kämpft gegen seine Kameraden. Das macht so. Das macht so. Jetzt haben wir nicht mehr im Ab fliehen. Ich kann es nicht mehr im Abflammts wie Schaden. Ich will nicht mehr im Abflammts wie Schaden. Die teleportiert mich wahrscheinlich auch irgendwo hin. Okay, was ist jetzt passiert? Wow, ein Kaktor ist gespawnt. Nicht so eine gute Idee gegen ihn zu kämpfen, egal. Ich glaub... Kaktorius. Tausend Stacheln macht tausend Schaden. Ja. Das wird ja lustig. Einfach mal so getötet, ehrlich. Ich könnte es nicht sehen. Aber wenn das mich tausend Stacheln macht, dann... Ist vorbei. Muss ich noch ein bisschen stärker dafür werden. Weg von ihm. In dieser Zeit soll es noch irgendwas geben, was das Portal brechen könnte. Da oben ist ein Schatz. Und das Maul. Ich brauch ja noch diesen komischen Schlüssel. E50 oder wie der hieß. Oder E13. E50 hab ich bekommen. Soll er da drauf was blinken sehen? Ja, sag ich doch. Oh. Oh. Chocobo. Roter Chocobo. Oh. Ich kenn' die Chocoboos erfangen und dann rennen mit denen machen oder so. Ist zwar eine coole Sache. Wow. Äh, okay. Okay, aber sonst geht's ja nur gut. Was geht denn hier ab? Boah, da laufen manchmal Monster rum, die sind übelstark. Kann ja nicht wahr sein, ein paar Schläger direkt tot. Krank. Ah, ein bisschen weiter. Neun Lebensschlitter. Ah, da muss ich Mock wieder hochwerfen, aber ich kann den komischerweise nicht werfen. Oh, wieder ein roter Choco, aber ich hab gegen den keine Chance. Ne, ich kann den wirklich nicht werfen. Da kann man aber noch hingehen. Das ist doch was. Oh, wir haben hier irgendwas gefunden. Kultgewinde. Wegen dem ist es so ausgeflippt. Phoenix-Felder. Immer gut. Ansonsten ist der aber auch wirklich gar nichts. Also hier dürften wir eigentlich alles gemacht haben. Immer woanders hingehen. Vielleicht haben wir irgendwo auch ein Portal übersehen. Das ist doch das einzigste Portal, in das ich nicht reingehen kann hier. Andere gibt's auch nicht. Ist da hinten irgendwas? Da ist irgendwas am Schweben oder so. Ja, wieder ein Statue. Roter Kaktor. Oh, wo kommen wir jetzt hin? Wieder zum Lager. Habe auch ein neues Fragment jetzt bekommen. Hm, vielleicht ändern wir mal das Wetter. Reden. Ich habe nichts gebracht. Gehen wir mal zurück. Und wieder Koblenz. Und wieder Koblenz. mal wo wir noch hingehen könnten.